Ja, nach dem Sonnenuntergang, letzte Folge, starten wir heute mit einem weiteren Häusle. Würde ich sagen, ein bisschen steinig, können wir gerade nochmal einsammeln. Am besten, nee, also wir brauchen jetzt glaube ich nicht für die zwei, drei, nee, zwei Häuser. Wir haben zwei Häuser, habe ich noch zu bauen. Und eventuell sollten wir hier doch tatsächlich nochmal ein paar Erdblöcke heransetzen, kurz. Weiß ich noch nicht, ob das Decke reicht. So, nee, komm wir mal an, das ist definitiv mal so. Nee, so nicht, das ist zu viel. Das ist aber besser. So, da können wir auch die Schalkerbox gerade mitnehmen, haben wir schon mitgenommen, gut. Dann gucken wir mal, was haben wir hier drin, hier haben wir auch nur so Stuff-Zeugs drin. Ja, tun wir mal hier die restliche Erde rein, nehmen mal das mit und schmeißen mal die Steine doch dazu. Dann werden wir jetzt mal überlegen, was nehmen wir denn für Holz. Also wir hatten... An Holz habe ich hier noch ein bisschen Zeugs, Sand, Holz haben wir hier. Hier irgendwo ist Holz, 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 da, nee, da ist Dreck, da ist auch kein Holz. Wir hatten nochmal eine Kiste extra nur mit Holz. Wir hatten nochmal eine Kiste extra nur mit Holz, wo ist er denn? Da. Also wir haben hier Dark Oak und Oak. Also man könnte halt Jungle nehmen, das wäre halt da gegenüber, also Jungle höchstens da hinten. Was haben wir denn noch für Holzsorten hier drin? Also mangrove hätten wir länger nicht, das heißt wir setzen mangrove tatsächlich hier als erstes mal gerade direkt als Haus hin. Wie viele hatten wir denn hoch? Vier Stück, das ist schon so ewig lang, wie ich das letzte gebaut habe hier. Zwei Stück, das ist schon so ewig lang, wie ich das letzte gebaut habe hier. Vier Stück, da haben wir schon mal das mangroven Holz. Und dann als nächstes brauchen wir kein Holz, sondern wir brauchen irgendwelche bauartigen Blöcke. Rot, weiß und steinartig haben wir aktuell in der Nähe. Wenn wir jetzt Grau können wir nicht nehmen, das ist auch in der Nähe. Ähm, was können wir noch an Blöcken verwenden? Wir könnten theoretisch gelb, aber gelb sieht schon hier ein bisschen doof aus. Ähm, wie wär's mit... Der Rot haben wir halt da, ne? Hier ist konkret. Terracotta, das sieht halt ein bisschen zu braun aus irgendwie, also eigentlich müssten wir ein bisschen Beton farm. Ich würde sagen, wir holen uns einfach mal, äh, wie viele? Zwei, drei Stacks Beton. Schwarzen Beton. Dafür müssten wir eigentlich sogar alles tatsächlich haben. Ähm, äh, ja, eigentlich müssen wir dafür alles im Lager haben. Bisschen Sand. Können wir jetzt hier rausschnappen. Äh, jetzt nur die Frage, wie viel... Wenn ich jetzt hier, äh, B, nicht Brr, sondern... Beton, nicht Bits, sondern B... Nee, wie heißt das? Konkret heißt das nicht Beton. Kon-kon-kreter. Vier Stück, das heißt, wenn ich, äh... Also ich mach quasi aus... Ja, ich mach einfach mal zwei Stacks. Und einen halben Stack Farbstoff dann. Also noch ein bisschen Gravel. Müssen wir gucken, wie viel Gravel wir noch haben. Oder ob wir echt mal irgendwann nochmal farm gehen müssen. Das ist nur die Frage, wo. Da war mir Gravel. Da ist Gravel. Eins, zwei. Zack, und nochmal den und den nochmal machen. Ja, es müssten echt nochmal farm gehen. So, und wir brauchen schwarzen Farbstoff. Mob Drops haben wir hier. Und, äh, wir brauchen... Einen halben... Stack... Black Die. Wunderschön. Dann können wir Black Konkret machen. Das sind zwei Stacks, genau. Perfekt. Ja gut, macht ja Sinn, ne? Im Prinzip ist nur die Farbe an... An, äh... An Zeug verschwunden. So, wenn wir jetzt den in die... Ne, den in die Offen nehmen. Ich hab' doch... Ich hab' doch... Geh, das hab' ich nicht. Er ist zwei. Ich dachte, das wär' äh... Äh, äh... Quasi, in den Abbau. Naja gut, dann können wir so ganz entspannt da ein bisschen Beton abbauen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Und so haben wir das... Wenigstens das Gute hier. Und dass wir das schön alles abbauen können, ohne dass wir uns schön oder ästlich irgendwie anstrecken müssen, das ist ganz, ganz, ganz entspannt. Sehr schön. Mal gucken, was jetzt hier ganz passiert. Gar nichts wahrscheinlich. Bis wir nicht die ganzen zwei Stacks abgebaut haben, dass wir das Häusle fertig bauen können. Acht, sieben, sechs, fünf, vier und dann haben wir noch ein Stack vor uns, glaub' ich. Das haben wir hier ganz kurz erstmal... Uh, die sind aber weit geflogen. Die sind aber weit geflogen, so als haben wir nur noch den Concrete Powder. Dann können wir das wunderschön abbauen hier. Und haben alles gleich geschafft, das ist wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön ist das. Nehmen wir das jetzt für das Dach oder für die Seite? Ich würde sagen, wir nehmen es für die Seite. 52, 60, 61, 62, 63, äh, ah, ne. Ach, da ist es. Da versteckt sie sich. In die Busche. Pfff. So, dann können wir gerade hier rüber. Zack. So, wir nehmen Beton. Wir machen das als, äh, dunklen Abschied. Die Frage ist, wo machen wir den Eingang hin? Ich würde sagen, wir machen den Eingang tatsächlich hier am Strand vorbei. So, dass wir dann hier vollkommen die Fenster machen müssen dürfen, wie auch immer. So. So. Zack, zack. So, wunderbar. Genau, paar anderthalb Stacks brauchen wir ja wieder. wunderbar machen wir das 40 also ich habe das stimmt ich habe das ja ich habe das nicht kleiner habe ich irgendwo also 48 jetzt gibt das sind weil das war ja irgendwie eine schöne gerade zahlen so beton black konkrete was nehmen wir für einen hellen weißen hellen weißen baustoff nicht hell sondern das ding ist halt das ist weiß das ist hell da ist wieder was helles das ist irgendwie alles immer so ganz komisch aber wir könnten nicht diebslade sondern tuff nochmals dach nehmen tuff 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 als dach tuff 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 die eisenbahn wir brauchen hier sowas genau die wollen wir wieder hoch dass wir wieder was schönes bauen können und eine kleine hilfstreppe ach die bauen wir einfach aus tuff fertig bauen wir hier aus tuff steichen ich glaube nicht dass wir jetzt tatsächlich diesen tuff brauchen wir können hier erstmal direkt eine umrandung setzen denn die können wir so oder so gebrauchen weil da so oder so die ganzen treppen dran müssen und dann kommt hier da treppe da treppe da treppe da treppe da treppe da treppe die noch da oben hin 1 decktupf hier hin dann das so den so und dann den wieder so und so so richtig gefühlt gefühlt irgendwie nicht naja wir bauen es einfach mal so 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 aber hier kam genau hier kam nämlich der eine direkt drauf da kam der eine nämlich direkt so drauf und da kommt man mit tuff dahin und mit das lab hier hin so und dann geht es hier zwei nach oben hier auch und da noch einen weiter so weiter geht es mit der treppe hier aber wir schaffen das sowieso heute nicht komplett fertig waren noch die einen dachspitze hier fertig und dann haben wir es auch schon mal für heute geschafft zack 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 werden dann das und dann das ganze ne das nicht das nicht sondern das das nicht sondern das so die noch zack und dann die outlets da rein zack zack Gut, ich würde sagen, wir sammeln kurz die Treppe auf, könnten eventuell hier das Ganze noch setzen, aber wir haben keine Treppe mehr, gut. Dann wissen wir ja, was wir das nächste Mal machen müssen. Sehen wir uns dann auch in der nächsten Folge wieder, wenn es sich fehlt, dann lasst eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis zur nächsten Folge, ciao Leute.